Zum Auftakt in das sommerliche, hochsommerliche Wochenende schauen wir noch mal auf das Wetter in den kommenden Tagen und vor allen Dingen auf die Wetterumstellung ab Dienstagabend. Auch danach könnte es zwar noch sehr warm bis heiß weitergehen, aber es ist zunehmend drückend schül und dann auch relativ unangenehm. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Das hier ist eine Karte, die zeigt die Energie in der höheren Atmosphäre und zwar am Dienstagnachmittag und Dienstagabend. Und wir sehen, da ist ziemlich viel Energie vorhanden. Wenn sich denn einzelne Schauer und Gewitter bilden, dann kann es eben auch richtig heftig zur Sache gehen. Vor allen Dingen hier im Westen und Nordwesten, teilweise auch im Süden, drohen einzelne starke Gewitter, Unwetter mit Starkregen, mit Sturm- oder Orkanböen und auch zum Teil mit Hagel. Das wird also punktuell mal wieder eine sehr heftige Angelegenheit werden. Es wird aber nicht jeden treffen und wir sehen nach Nordosten hin, da passiert erstmal relativ wenig. Aber erstmal kommen ein paar schöne sonnige und sehr warme Sommertage und Hochsommertage, bevor es dann zum Teil richtig drückend schwül wird. Aber wir schauen mal rein und zwar auf die Wetterlage am Montagnachmittag. Auch da kann es vielleicht schon hier und da im Süden das ein oder andere kurze Hitzegewitter geben, im Schwarzwald oder am Alpenrand. Da haben wir auch schon eine geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne kräftige Gewitter, vielleicht auch mal für ein kurzes lokales Unwetter mit Starkregen oder mit Hagel. Es ist aber eher die Ausnahme. Ansonsten am Montag überall noch richtig viel Sonnenschein, kaum eine Wolke ist am Himmel über Deutschland unterwegs. Zum Dienstagnachmittag wird es dann schon deutlich brenzliger, schwüler, drückenschwül im Westen und Nordwesten und im Süden. Und dann beginnt es zu brodeln. Hier und da bilden sich zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Da kann es dann auch mal wieder starken Regen geben, Orkanböen oder eben auch größeren Hagel. Ganz sicher ist die Wetterlage noch nicht. Die wird noch ein bisschen von Wettermodell zu Wettermodell verschieden bewährt. Auch da müssen wir noch ein klein wenig abwarten. Außen vor bleibt aber auch am Dienstagnachmittag erstmal der Norden und der Osten von Deutschland. Hier geht das trockene Sommerwetter erstmal weiter. Was macht der August? Die ersten neun Augusttage sind vorüber. Wir haben eine mittlere Temperatur von 19,5 Grad Celsius. Wir liegen 2,1 Grad über dem alten Klimamittel drüber. Und wir liegen bisher 0,2 Grad über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Bisher gab es 25 Liter Regen pro Quadratmeter. Damit ist das Monat soll zu 34 Prozent erfüllt worden. Und wir kommen auf 64 Sonnenstunden. Das sind 32 Prozent vom gesamten Monat soll für einen durchschnittlichen August. Doch wie geht es nun weiter? Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für Frankfurt am Main bis zum 26. August. Die nächsten Tage werden immer wärmer und auch heiß in der Spitze Temperaturen knapp bei 35 Grad. Danach wird es wieder etwas kühler. Mittlere Temperaturen um 25 Grad wahrscheinlich bis zum nächsten Wochenende. Und dann bleibt es beim Trend so um die 23, 24 Grad. Aber wir sehen Ausreißer immer wieder Richtung 30 Grad, teilweise auch darüber. Ab und zu sind ein paar Schauer und Gewitter unterwegs. Besonders am Dienstagabend kann es auch in Frankfurt zum Teil einzelne kräftige Schauer und Gewitter mit starkem Regen geben. Wir schauen nach Passau. Auch hier bis zum 26. August erstmal sehr hochsommerlich warm. Temperaturen tagelang um 30 Grad. Auch hier ist eine Hitzewelle unterwegs. Wir kennen ja alle die Definition einer Hitzewelle. Mindestens drei Tage am Stück 30 Grad und mehr. Das ist die Definition einer Hitzewelle. Genau das bekommen wir eigentlich in den meisten Landesteilen. Danach wird es ein klein wenig kühler werden um 25 Grad. Meist dann so um die 23 bis 24 Grad. Hinten raus wieder ein paar Ausreißer Richtung 30 Grad Marke. Mittendrin immer wieder einzelne kräftige Schauer und Gewitter. All das könnt ihr live mitverfolgen in unserer Wetter.net Wetter App. Gibt es für Google Play und auch für App Store. Also da ist alles drin. Wetterradar. Die Punktterminprognosen für alle Orte in Deutschland und weltweit. Und es ist eine 14-Tages-Prognose. Die ändert sich auch alle sechs Stunden mit der neuesten Datenerhebung. Aber da kann man live mitverfolgen, wie sich diese warme Wetterlage in den nächsten Tagen verändern wird in der Prognose. Den Link zur Videobeschreibung, den Link zum Download gibt es hier unten in der Videobeschreibung. So rum ist es richtig. Wir schauen auf das Wetter in der kommenden Nacht. Der Himmel ist meist aufgerückt, bewirkt teilweise auch sternenklar. Und die Temperaturen gehen auf 18 bis 13 Grad zurück. Morgen dann das Hoch Leander genau über Deutschland drüber. Und wir sehen hier die Hitzezunge aus Spanien. Sie kommt langsam Richtung Frankreich voran. Wird uns in Deutschland am Montag und am Dienstag voll treffen. Und morgen schon sehr sommerlich bis hochsommerlich warm. Temperaturen bis zu 34 Grad im Südwesten. Ansonsten so um die 25 bis 33 Grad. An der Ostsee mit 22 Grad ein bisschen kühler. Dazu ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt den ganzen Tag überwiegend trocken. Perfektes Wanderausflugs- und auch Badewetter. Und der Montag, da geht es weiter mit der großen Hitze. Dann nach Süden hin 30 bis 36 Grad. Nach Norden etwas angenehmer mit 28, 29 Grad. An der Ostseeküste sehr angenehm um 24 Grad. Überall richtig viel Sonnenschein. Zwölf bis 14 Sonnenstunden sind auch am Montag möglich. Und wie gesagt, zum Abend hin kann es im Schwarzwald oder auch mal in Alpen das ein oder andere kurze Gewitter geben. Der Dienstag relativ ähnlich. Erstmal sehr heiß, aber zunehmend schwülheiß, gewittrig. Zum Nachmittag im Nordwesten und Westen. Erste kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Das Ganze zieht dann langsam zum Mittwoch weiter in die Landesmitte hinein. Hier im Osten bleibt es den ganzen Tag hochsommerlich heiß. Bis zu 33 Grad, bis zu 34 Grad werden teilweise noch mal im Westen erwartet. Dann aber ein sehr hohes Unwetterpotenzial. Zum Teil schwere Gewitter am späteren Dienstagabend. Wie geht es weiter am Mittwoch? Die Hitze bleibt im Osten voll erhalten. Temperaturen hier 30 bis 33 Grad. Aber auch hier zunehmend rückend schwül und sehr, sehr unangenehm. Im Westen zwar kühler, 25 bis 28, teilweise 30 Grad. Aber auch hier sehr schwüle Luftmassen. Das Ganze bleibt eine sehr unangenehme Angelegenheit. Mittendrin einzelne Schauer und Gewitter. Und auch am Donnerstag meist sommerliche Wärme in vielen Landesteilen. Wieder 25 bis 28 Grad. Mal Sonnenschein, mal ein paar Wolken. Nach Osten ein paar kurze Schauer. Im Norden freundlich bei 22 bis 25 Grad. Schönes Sommerwetter. Im Westen Temperaturen 24 bis 26 Grad. Auch hier scheint zeitweise die Sonne. Der Freitag dann wechselhafter. Vermutlich. Es ist eine erste Abschätzung. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Temperaturen 18 bis 25 Grad. Verbreitet im Norden also unter 20 Grad. Auch im Westen teilweise unter 20 Grad. Mittendrin einzelne Schauer. Zum Teil auch relativ windig. Und auch der Samstag ist ein bisschen durchwachsen nach Norden. Aber hier im Süden schon wieder recht angenehm. Sommerlich 25 bis 26 Grad. Nach Norden etwas durchwachsen. 19 bis 23 Grad. Neben etwas Sonnenschein sind hier zeitweise auch mal einzelne Regenschauer unterwegs. Und der Sonntag dann wieder überall. Relativ freundlich. Bis zu 25 Grad im Osten und teilweise im Rhein-Main-Gebiet. Ansonsten 20 bis 22, 23 Grad. Immer wieder scheint mal die Sonne. Hier und da ziehen ein paar kurze Schauer vorüber. Was kommt runter bis zum Dienstagabend? Hier mal der Blick auf die frischen Regensummen nach dem GFS-Modell. Besonders hier im Westen einzelne Brummer unterwegs. Da werden Starkregenschauer berechnet. Die kommen natürlich nicht genau hier an diesen einzelnen Orten runter überall. Aber das zeigt nur, das GFS-Modell hat zum Dienstagabend einzelne kräftige Gewitter mit drin. Und die können punktuell richtig viel Regen bringen. Nach Osten und Norden passiert relativ wenig. Zum Vergleich noch der Blick ebenfalls bis Dienstagabend nach dem deutschen Wettermodell. Und da sieht das Ganze schon völlig anders aus. Da wird gar nicht viel berechnet. Auch im Westen gerade mal drei, vier Liter. Da ist überhaupt nicht zu sehen von kräftigen Gewittern mit Starkregenpotenzial. Im Osten komplett trocken. Also die Sache mit den heftigen Gewittern am Dienstagabend, die ist noch nicht so wirklich überall in trockenen Tüchern. Da müssen wir noch mal genauer hinschauen in den nächsten Tagen. Spannend auf jeden Fall die Taupunkte. Ab 16 Grad Taupunkt empfinden wir Luftmassen als schwül. Am Montag im Nordosten richtig entspannt. 8 bis 11 Grad Taupunkt, keine Schwüle. Aber hier im Westen der Landesmitte. Im Süden bis zu 20, 21 Grad zum Teil der Taupunkt. Und das ist wirklich eine extreme Schwüle. Sehr drückend, sehr unangenehm. Und das Ganze bleibt uns auch am Dienstag erhalten. Im gesamten Südwesten Taupunktstemperatur und teilweise bis zu 22 Grad. Da trieft also überall der Schweiß vom Körper runter, ohne sich viel zu bewegen. Im Nordosten ist es angenehmer. Nur Taupunkte bei 9 bis 16 Grad. Wie gesagt, ab 16 Grad und darüber empfinden wir Luftmassen als schwül. Bei bis zu 22 Grad Taupunkt ist es wirklich eine sehr, sehr drückende Schwüle. Wie geht es danach weiter? Wir schauen nach Norddeutschland. Insgesamt relativ stabil. Eigentlich die ganze Zeit um 20 bis 25 Grad. Außer Montag, Dienstag bis zu 30 Grad. Mittendrin später einzelne Schauer und Gewitter. Recht ähnlich das Ganze auch im Westen. Es geht auch nach der Hitze spitze recht sommerlich weiter. Im Mittel um 25 Grad. Später Ausreißer Richtung 35 Grad schon wieder. Und immer wieder sind einzelne Schauer und Gewitter mit dabei. Und auch im Osten nichts Neues zu berichten. Anfangs um 25 Grad, später knapp über 30 Grad. Danach meist im Mittel um die 24 bis 25 Grad. Wobei es zunehmend Ausreißer über 30 Richtung 35 Grad gibt. Und dazu ab und zu mal einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Und auch im Süden des Landes geht es sommerlich warm und vielfach auch anfangs trocken weiter. Ab dem Dienstag auch hier ein Potenzial für einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen konstant anfangs 25 bis 30 Grad. Später so 22 bis 24 Grad. Und wir sehen auch hier hinten raus ein Trend nach oben. Es könnte also nochmal eine erneute Wärmung Richtung Monatsende geben. Mittendrin immer wieder einzelne Schauer oder eben auch mal kurze Gewitter. Und auch in der Landesmitte eine ähnliche Entwicklung. Erstmal sommerlich heiß zum Montag, Dienstag in der Spitze 30 Grad plus X. Danach meist um 25 Grad, später 23 bis 24 Grad. Und auch hier können wir feststellen, die Ensembles zucken so ganz langsam wieder in die Höhe Richtung 25 bis 30 Grad. Richtung 23. und 24. August. Aber man muss ganz klar sagen, ab nächste Woche Mittwoch, Donnerstag, ist das Rauschen noch relativ groß. Mittendrin einzelne Schauer und Gewitter. Da müssen wir einfach nur abwarten, wohin die Reise am Ende genau gehen wird. Die Reise jetzt geht erstmal ins Wochenende. Genießt das schöne Sommerwetter raus an die frische Luft, ab ins Freibad, an den Badesee. Heute und morgen tolles Sommerwetter in ganz Deutschland. Auch der Mond an der Dienstag noch richtig schön sonnig, aber dann eben drückend schwül. Das ist nicht mehr jedermanns Sache. Ich weiß, auch die Wohnungen heizen sich dann immer mehr auf. Ist schon nervig, aber nächste Woche könnte es vielleicht etwas frischer werden. So ab Donnerstag, Freitag, Samstag. Aber die Luftmassen bleiben eben anfangs sehr drückend schwül und unangenehm. Das war's vom Wetter. Kommt gut durch den Samstag durch. Tschüss, bis bald.